hallo ich bin es wieder einen schönen guten morgen vom radi im jahr 2020 alles gute für euch und ja ich wollte mal wieder ein bisschen mich melden und mal wieder ein kleines thema von mir geben was ich so in der letzten zeit doch irgendwie vielleicht als wichtig erkannt habe okay ich mache den radi mal an beziehungsweise ich sage vielleicht erst mal worum es geht es geht also hier um diese fenster beziehungsweise um diese ordner laschen stellwerk block plan normalerweise hat man ja beim öffnen vom train controller oder beim erstellen eines gleis bildes hat man immer nur zwei ordner hier und jetzt habe ich wie ihr seht schon drei vier fünf sechs warum weil ich ja ich hatte ein bisschen was anderes zu tun habe mit der drehscheibe ein bisschen rum experimentiert habe mir hier eine eingebaut und dazu habe ich mir dann auch ein drehscheiben ordner angelegt und auch einen ordner für sonstiges wo ich mal so ein bisschen blödsinn rein kopiert habe einfach um zu sehen wie das dann funktioniert also es geht heute um dieses thema ich mache mal den radi an jetzt wo ist er denn da ist der radi so also das thema im jahr 2020 heißt oder das erste thema im jahr 2020 heißt diese ordner und diese blöck blockpläne also das stellwerk und dem block plan wie erzeuge ich solche zusätzlichen ordner beziehungsweise wie sortiere ich die und beziehungsweise wie kann ich die auch wieder löschen das machen wir heute mal damit jetzt hier in der anlage nicht irgendwo schief geht weil das ist meine aktuelle moment ein tipp wenn man irgendwas anfängt was vielleicht schief gehen könnte dann sollte man zur sicherheit eine neue datei anlegen wir ich habe gestern mal hier so ein bisschen rumgefummelt am ersten also ich sage jetzt mal ich gehe mal auf datei ich sage speichern unter und ich speichere mir hier in dem fall in dem ordner wo ich die ganzen dateien habe dort speichere ich mir jetzt mal eine neue datei also haben wir 2020 das ist der erste aber heute haben wir den zweiten machen wir hier mal eine 2 draus und windows 10 ist geblieben gold ist auch geblieben b1 ist auch geblieben machen wir hier mal 98 draus so also somit habe ich wenn ich das jetzt hier speicher eine neue datei ein neues projekt generiert ihr seht dass 98 da sind schon ein paar zusammen gekommen aber das mache ich immer so weil das den vorteil hat wenn ich einen fehler mache dann kann ich immer wieder einen schritt zurückgehen und kann dann das was wir heute geändert haben wenn ich da fehler eingebaut habe die dann halt vielleicht noch mal wieder rausnehmen beziehungsweise überdenken was man denn da verkehrt gemacht hat okay jetzt haben wir aber eine 98 das ist eine neue also jetzt können wir mal frei von der leber hier was machen gut wenn wir jetzt anfangen wie erstelle ich einen solchen zusätzlichen ordner das ist ein wie soll ich sagen ein wenig naja nicht versteckt aber man muss es erst mal finden und zwar müssen wir wieder auf den einrichtbetrieb gehen also auf den editier modus und dann findet man das unter gleis bzw unter zubehör wenn man hier jetzt klickt dann sieht man dass sich da was verändert nur eine sache verändert sich in dem fall nicht und das ist dieser bereich hier so hier das ist das stellwerk neues stellwerk hier kann man ein stellwerk löschen und hier kann man die stellwerke oder kann man spalten einfügen und so weiter das brauchen wir halt im moment jetzt erstmal nicht wir wollen erst mal nur jetzt hier so ein neues stellwerk erzeugen woher weiß ich denn überhaupt was oder wie viel stellwerk ich habe ich meine hier ist es eigentlich zu sehen aber ich habe immer wieder festgestellt in gesprächen das doch dass es jede menge leute gibt komischerweise die jede menge stellwerke sich angelegt haben und wissen gar nicht dass es so ist so und das kann ich eben hier unter diesem kleinen pfeil finden denn wenn ich den aufmacher dann kommt hier verwalten hier kann ich also meine stellwerke verwalten wenn ich da drauf klicke dann sehe ich ich habe jetzt hier bei mir ziehen wir das mal hier runter also ich habe jetzt hier ein stellwerk 1 ich habe immer dazu passen es gibt immer wenn ich ein stellwerk öffnet dann kommt wird immer ein blog plan oder ein fahrdings leider wie auch immer genannt wird 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 aufgemacht das heißt ich habe ein stellwerk eins und ein blog plan eins das sind die beiden hier oben ich habe eine drehscheibe das ist der und ich habe ein blog plan zur drehscheibe das ist der und ich habe einen ein stellwerk sonstiges mal angelegt das ist der und dazu gibt es auch ein blog plan sonstiges so wenn ich also hier kann ich nichts machen außer die sehen und halt namentlich ändern das schließe ich erst mal im moment wenn ich also ein neues ein neues stellwerk anlegen willst dann mache ich das hier jetzt gehe ich mal einen schritt weiter es gibt hier noch so eine lasche fenster und hier haben wir auch zum beispiel fahrdings leiter wo ich dann hinterher diese sachen neue fenster aufmachen kann so sage ich jetzt mal das sind nur fenster damit damit erzeuge ich keinen ordner sondern ich mache nur fenster auf und in diese fenster kann ich dann die darstellung legen kommen wir also gleich noch mal hin also wenn ich jetzt einen neue eine neue lasche hier oben haben will einen neuen eintrag haben also eine neue seite im prinzip erzeugen will dann mache ich das zum beispiel hier unter gleis oder unter zubehör das ist hier das gleiche so also ich gehe dann hier drauf und sage ich will ein neues stellwerk haben einmal klicken heißt ein neues stellwerk und schon habe ich hier ein neues stellwerk ich mache jetzt mal drei stück zur besseren übersicht ich klicke noch mal drauf dann habe ich ein stellwerk 5 und ich klicke noch mal drauf dann wird mir ein stellwerk 6 angezeigt so wenn ich jetzt hier auf verwalten gehe dann sehe ich hier also train controller sortiert das hier ich denke mal nach dem alphabet ich weiß ja gar nicht ob man das jetzt umswitchen kann glaube ich nicht nein kann man nicht so also ich sag jetzt mal ich habe mein stellwerk 1 ist das 2 wäre die drehscheibe 3 wäre sonstiges also geht es dann logischerweise weiter mit 4 5 und 6 jetzt schreibt er hier wieder stellwerk rein das ist ein bisschen tricky und das sollte man gleich ändern weil sonst weiß man hinterher nicht mehr was ist ein stellwerk und was nicht wobei stellwerk hat hier eine eigene darstellung und der block plan hinterher sieht ganz anders aus hier der hat nämlich diese darstellung also ich sag mal ich gehe mal hier rein wenn man jetzt hier drauf geht wenn ich hier drauf klicke dann passiert erstmal nichts wenn ich hier drauf klicke doppelklick dann wird zum beispiel hier die sache so dargestellt dass ich was ändern kann so also ich lass das mal stellwerk 1 4 5 6 lasse ich mal aber hier würde ich gerne ändern so also gehe ich mal auf 4 mache hier ein doppelklick drauf so dann klicke ich da rein und schreibe eben noch mal block plan so und das ist die 4 und damit ich das nicht neu schreiben muss markiere ich das mit kontrol c oder string c so gehe dann auf stellwerk 5 hier auf diesen block plan machen doppelklick drauf markiere das und sage kontrol v also string v wieder wie man da so sagt dann das gleiche mit dem eintrag stellwerk hier kontrol oder string 6 und die sache ist erledigt so jetzt habe ich schon mal namentlich die sache angeglichen nämlich hier stets drehscheibe sonstiges stellwerk 1 drehscheibe 4 5 und 6 4 5 und 6 dann kann ich das schließen so jetzt sehe ich hier dass ich hier zum beispiel ein stellwerk 1 habe meine drehscheibe und dann eben entsprechend auch das stellwerk das ist das der block plan dazu das kennt er das ist hier wo die zugfahrten drin sind die drehscheibe die habe ich mir einfach mal weggelegt damit ich sie weil ich eigentlich hier keinen platz mehr habe groß wo sie ist zeige ich euch gleich dazu gibt es dann halt auch einen eintrag block plan da habe ich aber noch nichts gemacht und es gibt wie gesagt den sonstigen habe ich auch nichts nur ein paar schalter reingelegt und da gibt es auch nichts weiteres und beim stellwerk 4 logisch da ist nichts 5 ist nichts 6 ist auch nichts so tipp von mir ist es wenn man sich mehrere ordner hier anlegt sollte man wissen dass jetzt automatisch eigentlich schon die blockpläne wie wir ja eben gesehen haben schon existieren nur ich muss sie noch darstellen da kommen wir dann wieder zu dem fenster das heißt wir gehen auf die lasche fenster und wir sagen hier ich möchte einen neuen fahrdienstleiter haben so und da sieht man jetzt wieder ich habe ein ein fenster mit block plan drehscheibe sonstiges und jetzt kann ich hier sagen ich kann natürlich alle fenster schließen will ich aber nicht und ich kann sagen ich will einen neuen fahrdienstleiter haben den richtig jetzt ein und sie da jetzt macht er mir ein neues fenster auf schreibt aber und sagt das ist jetzt ein block plan 1 und das wäre ja der hier den habe ich ja schon und man sieht schon dass er hier der gleiche ist wieder aber man muss sich dazu vorstellen wenn ich die fenster aufmache dann machte er beliebig viele fenster auf und nimmt erstmal immer bestehende einträge das ist aber sehr tricky im prinzip auf der einen seite vielleicht hilfreich aber in meinem fall will ich ja ein neues fenster nämlich für stellwerk 4 einrichten so und das geht dann hier oben hier steht jetzt ein eintrag block plan 1 und da ist ein ganz kleines häkchen dahinter so ein pfeil und den muss man anklicken und dann werden meine blockpläne aufgelistet die ich habe und da muss ich jetzt wenn ich zum beispiel für die für das stellwerk 4 den entsprechenden block plan sehen will dann muss ich hier jetzt auf den block plan 4 gehen und siehe da ich habe block plan 4 und block plan 4 eingetragen hier an dieser stelle so damit das ganze fenster das ist ja jetzt schwebend damit ich das dann hier oben wieder mit ein rein kann wenn man das will gehe ich dann hier auf diesen fall der ein anderer fall ist als der logischer weise und kann jetzt sagen ich will dass dieses fenster jetzt andockbar oder registerkartenformat dokument ist oder so das will ich halt in dem fall mal machen und dann wird der block plan 4 hier oben eingeblendet den kann ich dann wenn ich will einfach hier rüber schieben und habe dann mein stellwerk 4 und passend dazu den block plan 4 so stellwerk 5 habe ich aber noch keinen block plan 5 fenster also muss ich hier wieder auf fenster gehen da bin ich ja noch gehe wieder auf fahrdienstleiter sage wieder ein neues fenster hier steht wieder mein block plan 1 achtung sonst habe ich hinterher wenn ich nicht aufpassen habe ich hier sechs mal den block plan 1 also muss ich auf dieses kleine auf diesen kleinen fall gehen und muss jetzt block plan 5 sagen so und dann sage ich einfach hier oben wieder nein nicht da sondern auf dem pfeil und sagt wieder registerkartenformat also habe ich block plan 5 den schiebe ich wieder dazwischen und jetzt geht es nur noch um den unterstellwerk 6 ebenfalls wieder neuen fahrdienstleiter ups und schon habe ich einen fehler gemacht ja das wollen wir gar nicht wir wollen ja einen wir wollen wo sind wir denn jetzt block plan 56 so jetzt gucken wir mal hat jetzt hat er mir irgendwas hier rein geschoben so sonstiges stellwerk 4 4 5 5 6 naja machen wir machen wir mal neuen jetzt so da ist unser block plan 1 wieder den ich aber nicht haben will sondern ich will ja den 6 haben und ich will ihn dann auch als registerkarten wieder haben so jetzt habe ich ein stellwerk 1 ein block plan 1 dazu eine drehscheibe dazu ein block plan zur drehscheibe einmal sonstiges block plan sonstiges stellwerk 4 block plan 4 stellwerk 5 block plan 5 6 und 6 so jetzt stimmt das ganze ich sehe natürlich noch nichts weil ich noch nichts habe und jetzt kommen wir zu dem nächsten punkt wenn ich solche stellwerke habe dann mache ich dir weil ich hier kein platz mehr habe weil ich dann was anderes auf einem anderen stellwerk darstellen will und so weiter beispiel mit der drehscheibe und da gibt es jetzt eine möglichkeit das ist vielleicht schon bekannt habt auch schon gemacht hier gibt es die sogenannten konnektoren das ist jetzt der konnektor a und dieser konnektor a der hier auf der seite drehscheibe liegt der wird erzeugt oder wird erstmalig erzeugt auf der seite vom stellwerk 1 wo ich sage hier will ich eine fahrwerkstrecke haben einen und will da halt ein verbinder machen einen konnektor der beginnt mit mit a logischerweise und der geht dann zu meiner drehscheibe das ist die hier so wenn ich also jetzt weiter zeichnen will machen wir das mal wir gehen halt hier auf 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 zubehör und ich zeichne mal einfach hier mal weiter na komm schon ja was habe ich jetzt wieder gemacht was habe ich denn jetzt so ich gehe jetzt mal hier weiter ja ich mache mal weil ich weiß was ich machen will hier mal gleich noch mal einen so ich nehme den mal raus ich nehme den mal raus so also ich habe konnektoren gehören immer zusammen a und a als nächstes kommt jetzt b das heißt wenn ich jetzt hier einen konnektor anwählen dann kann ich diesen konnektor auf b setzen wenn ich wieder ein konnektor nehme ist er wieder auf b so also bb in dem fall will ich das aber nicht so haben nehme ich den hier wieder raus denn ich will jetzt zum beispiel in diesem beispiel von dieser lasche drehscheibe auf die lasche stellwerk 4 gehen da habe ich ja noch nichts also gehe ich jetzt hier auf stellwerk 4 gehe auf den konnektor und machen wir den irgendwo hin da habe ich ihn wieder und kann jetzt wieder zeichnen und sagen ich will von dem zum beispiel dahin gehen so und ich will jetzt hier weiter gehen von stellwerk 4 auf stellwerk 5 b ist gesetzt der nächste konnektor der kommt ist wieder das gegenstück also dann in dem fall a b b ne a a b b und jetzt kommt halt c wie wir sehen so jetzt bin ich auf dem stellwerk 4 sagen wir mal wir wollen jetzt mit dem konnektor c nach stellwerk 5 gehen dann gehe ich dahin mache wieder meinen konnektor und sage okay so dass mein c gegenstück wieder ich zeichne wieder und ich sage wir sind bei 5 ja wir gehen noch nach 6 ok machen wir auch noch so machen wir den wieder weg und wir sagen wieder konnektor dann bin ich bei d wenn ich jetzt nach 6 gehe und nochmal wieder konnektor sage der ist noch angesetzt dann kann ich wieder zeichnen und sagen wir machen das so jetzt mache ich einfach mal weiter und sage von hier aus geht meine strecke wieder zurück und dann ist das logischerweise der konnektor der konnektor wo ist er denn ich will doch den konnektor haben so und mit dem gehe ich jetzt wieder zurück von stellwerk 6 auf zum beispiel meine drehscheibe hier und sage da soll er wieder ankommen also was habe ich jetzt gemacht ich gehe vom stellwerk 1 über den konnektor a weg auf die drehscheibe beispielsweise da komme ich hier oben an fahr über die drehscheibe wenn macht jetzt vielleicht keinen wirklichen sinn aber ich habe es jetzt einfach mal so als beispiel gewählt gehe dann hier auf b der nächste b ist dann in dem fall bei stellwerk 4 es geht nach 5 mit c c geht nach mit d nach 6 und von 6 geht es wieder zurück nach e und das ist dann meine drehscheibe also habe ich geschlossene kreise alles ist gut so um es vorweg zu sagen wenn ich jetzt hier unten drauf drücke auf meldung dann kriege ich ziemlich viele meldungen weil ich noch nichts mit blöcken gemacht habe also ihr wisst das wichtigste sind die blöcke hier denn darüber macht man ja eben zugfahrten weil es eben von einem block zum anderen geht also muss ich sagen gut ich bin jetzt hier bei stellwerk 4 weil ich sehe auch sonst noch nicht viel außer dem strich klar logisch denn im block plan okay das ist auch ein strich im block plan 5 ist auch ein strich im block plan 6 ebenso aber sonst ist ja noch nichts da so also gehe ich hier ein stellwerk rein und sage jetzt brauche ich ein block nämlich hier zum beispiel den legt er jetzt einfach mal automatisch an dann gehe ich in stellwerk 5 mache wieder ein block hin und ich gehe in stellwerk 6 und mache hier ein block und da ein block und da ein block hin so und jetzt habe ich das thema mit dem blöcken schon mal gelöst weil wie gesagt jetzt ist überall ein block und train controller weiß dass er jetzt halt hier her fahren kann im prinzip was ich aber jetzt an meldung bekomme weil ich natürlich noch nichts hier an rückmeldern drin habe das geht natürlich jetzt hier los wenn dann heißt es eben hier block hat keine melder vergeben und so weiter und so fort weiß ich so so also wo stehen wir wir haben wir haben stellwerke eingerichtet das macht man hier mit also stellwerk 4 5 und 6 mit den entsprechenden blockplänen wir haben die fenster dazu erstellt ja und jetzt kann ich hier hingehen und jetzt sehe ich meine blöcke jetzt habe ich die entsprechenden fenster und ich sehe auch die entsprechenden konnektoren und ich kann dann halt einfach wieder wenn ich jetzt hier meine start stopp taste einbauen und so weiter kann ich einfach von einem fenster ins nächste rein fahren wie gesagt das warum ich das heute mal anspreche ist das thema weil eigentlich sehr viele leute wie ich festgestellt haben nicht wissen wie man diese ordner hier und diese fenster erstellt beziehungsweise man hat hinterher ein ein boost von fenstern und weiß eigentlich gar nicht mehr wo man ist also da muss ein bisschen aufpassen und deswegen machen wir das und ansonsten ich sage jetzt mal wenn ich jetzt hier im stellwerk 4 bin es gilt all das gleiche was ich hier im stellwerk 1 hat ist also kein unterschied so wie kriege ich das jetzt aber wieder weg weil es gibt ich habe auch schon leute gesehen die haben was was ich 13 14 fenster und wussten gar nicht dass sie haben ja die kann man auch wieder löschen und das macht man dann auch wieder hier oben also damit das ganze funktioniert natürlich abspeicher nicht vergessen damit das ganze dann aber auch damit ich es wieder löschen kann das mache ich auch hier wieder bei gleis oder bei zubehör hier oben und das ist das hier mit dem kreuz mit dem stellwerk löschen da muss ich dann halt rein gehen ich drücke jetzt einfach mal drauf dann seht ihr was passiert wenn ich jetzt hier drauf drücke dann kommt ein fenster und das ist wichtig das muss man sich auch mal durchlesen weil hier steht letztendlich drin wenn ich das ding jetzt lösche und ich kann es noch nicht löschen bis dass ich hier unten bestätigt habe das ist auch ganz wichtig denn man kann schnell mal was löschen und dann habe ich mir mein ganzes projekt zerschossen das muss man einfach dabei sehen und wissen ich sage jetzt mal abbrechen weil ich breche jetzt ab weil alles was wir jetzt hier tun und alles was wir jetzt hier bestätigen bestätigen wir im moment auf diesem angewählten stellwerk eins aber das ist ja das das will ich ja um gottes will jetzt nicht löschen also achtung was man tut also abbrechen also heißt was will ich löschen ich sage jetzt mal ich will einfach mal von hinten löschen den block plan also 6 5 und 4 in der reihenfolge wollen was man machen also muss ich wenn ich nach block plan gehe hier kann ich jetzt nicht löschen weil ich kann nur das stellwerk löschen weil die ja immer zusammen gehören also gehe ich auf die lasche stellwerk 6 diese will ich jetzt löschen und das kann ich jetzt hier mit machen so und wenn ich das durchgelesen habe und wenn ich weiß das will ich machen nämlich stellwerk 6 will ich löschen dann drücke ich hier unten drauf und dann lösche ich das und dann ist das dingen weg und dann ist auch der block plan von stellwerk 6 weg das heißt wenn ich also hier auf diesen block plan gehe ich muss mal gucken so dann sehe ich hier hinten schon da kommt schon dass der block plan 6 auch weg ist was ja richtig ist jetzt hat er aber und achtung diesen block plan hat er jetzt wieder auf block plan 1 gesetzt im prinzip so jetzt will ich aber das block oder stellwerk 5 auch löschen also gehe ich hier oben rein sage wieder ja den kannst du löschen weil den will ich auch weg haben und das gleiche mache ich jetzt mit dem stellwerk 4 nochmal damit ich mir meine bar nicht zerschießen so oder mein projekt sagen muss man so also achtung stellwerk 4 löschen ja häckchen ist gesetzt dann ist er weg so jetzt habe ich mein stellwerk 1 mein block plan 1 meine drehscheibe meine drehscheibe 1 oder meine drehscheibe block plan sonstiges und den plan sonstiges so jetzt habe ich aber noch das sind 1 2 3 4 5 6 jetzt habe ich aber sonstiges block plan 1 sonstiges block plan 2 und so weiter das sind alles dinge die hat er jetzt stehen lassen ja aber es ist nichts mehr drin ja wenn ich hier drauf gehe ich sehe immer nur block plan 1 sonstiges und so weiter das heißt ich gehe jetzt her gehe hier drauf und muss jetzt hier das registerkarten dokument sage ich mal schwebend machen und dann kann ich jetzt hier oben löschen das passiert hierbei schwebend dann lösche ich das so den block plan 1 da auch weil das ist ja schwebend so das ist ja der falsche jetzt den will ich ja nicht haben entschuldigung so und diesen sonstigen auch so und das muss ich aufbauen ich habe den ich habe den und ich habe sonstiges block plan sonstiges also die beiden kann ich noch löschen also wieder schwebend also wieder löschen und den auch schwebend block plan geht auch und damit bin ich wieder sauber das heißt ich habe den ich habe den ich habe meine drehscheibe da ist die drehscheibe als ja da habe ich ja noch nichts gesetzt so sonstiges ist noch da und der block plan sonstiges ist auch da so und hier habe ich jetzt nur noch drei stück block plan sonstiges 1 2 und 3 so ja das wollte ich euch zeigen das geht also wenn ich jetzt bei der drehscheibe schaue so dann sind ja meine konnektoren hier die wir eben angelegt haben logischerweise die blöcke sind weg die strecken sind weg also sind auch die kurken konnektoren mit weggenommen weil es gibt eigentlich im prinzip keinen b mehr kein gegenstück mehr und e und c und d und so weiter auch nicht das heißt wenn ich jetzt hier neuen konnektor anlegen würde irgendwo macht er dann ein b wieder heißt also bb und dann geht es da wieder weiter so also kann ich den löschen den b weg so den nehme ich weg und den nehme ich weg weil die gibt es ja auch nicht mehr so und dann ziehen wir das hier wieder raus das lösche ich auch wieder und mach einfach hier mein prallbock wieder hin also habe ich meinen zustand wieder und wie gesagt überprüfen kann man das indem ich jetzt den connector noch mal nehme zubehör connector und mache jetzt hier mal einen wieder hin und dann ist das a habe ich b geht es wieder los als nächstes käme wieder b also das stimmt die reihenfolge wieder also weg damit weg damit und gut ist wir speichern ab und wir haben wieder den gleichen zustand wie vorher und alles ist gut und ich habe mein stellwerk und wird mich dann weiter ein bisschen um die drehscheibe kümmern ja das war es heute mal wieder vom radi in einer kurzform zum thema stellwerke blockpläne oder fahrdienstleiter wie sie heißen wichtig ist halt und das muss man wissen wo finde ich das das finde ich bei gleisen oder bei zubehör und zwar hier und zwar da und zwar dort unter verwalten und da sehe ich letztendlich was ich habe und das sollte man so benennen dass es ein eindeutig ist damit man sich halt da nicht vertut ok der radi sagt tschüss für das erste und bis bald und ich mache den radi aus wo ist er da und weg und schau bis zum nächsten mal euer radi